Zählt das hier auch als Automat? Also ich habe das sogenannte Cat oder Pet Café getroffen. Das heißt, hier kann man sich ein Haustier mieten zum Streicheln. Die freuen sich auch schon ganz toll. Also ich glaube, ich habe hier jetzt wirklich alles gesehen. Ne, na, ich glaube, hier gibt es noch mehr zu sehen. Ich schaue euch auf dem Laufende. Ciao!